Ich finde es schön, dass hier die Leute sich untereinander beraten können, dass die Zahntechniker gleich vor Ort sind, dass sie gleich gucken können, wenn was nicht stimmt und dass man natürlich in kürzester Zeit einen neuen Zahnersatz hat, was man woanders nicht hat. Ich bin zwar kein Angstpatient, aber ich habe mich auch in den Dämmerschlaf legen lassen, weil drei Stunden auf dem Zahnarztstudio halt auch eine lange Zeit ist und ich fand das toll.